Wir sind hier auf unserem Werk in Schwerin für das erste deutschlandweite Azubi-Treffen der Prismian Group. Insgesamt 50 Nachwuchstalente sind unserer Einladung gefolgt. Gemeinsam erleben wir heute einen tollen Tag mit Programmpunkten, von der Werksführung über Vorträge bis hin zum Foodtruck. Das Schönste ist tatsächlich eigentlich mal ein anderes Werk zu sehen, jetzt hier in Schwerin vor allem, auch mit den ganzen anderen Azubis. Und jetzt im Headquater, jetzt in Berlin, da ist natürlich jetzt immer nur ein Büro und einfach auch mal rauszukommen, macht Spaß. Also ich hoffe, das wird nächstes Jahr nochmal was. Mein Highlight war, dass wir das ganze Azubi-Event auch mitplanen durften. Wir durften mitwirken, haben Verantwortung übernommen. Dass wir uns alle untereinander kennenlernen durften, dass wir uns auch connecten konnten und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Jahr und auf die neuen Azubis. Ich freue mich aufs nächste Jahr.